Man sagt ja, vor Gericht und auf hoher See sind wir alle in Gottes Hand. Ich kenne mich mit beiden Bereichen aus und mich faszinieren auch beide Bereiche. Zunächst müssen wir das Ziel bestimmen und feststellen, ob wir hinkommen und wie wir hinkommen. Und dann verwende ich Nachschlagewerke. Ich entscheide, welche Hilfsmittel ich verwende. Wenn das alles erledigt ist, dann können wir den Anker lichten. Wichtig ist, ich habe das Steuer immer fest in der Hand.